Dieses verdammte Scheißjahr, meine Damen und Herren, hat mit dem WDR Kinderchor angefangen und wir haben uns gedacht, damit der Fluch von 2020 gebrochen werden kann, beenden wir das Jahr so wie es angefangen hat. Mit dem WDR Kinderchor, damit das nächste Jahr besser wird. Zusammen mit dem Rundfunktanzorchester jetzt die zweite exklusive, hoffentlich nicht ganz so spitze Performance des WDR Kinderchors. Gute Unterhaltung. Meine Oma weiß, es gibt gar kein Corona, Corona, Corona. Sie glaubt nicht mehr an Tagesthemen und an's Oma. Meine Oma hat das Spiel schon früh durchschaut. Meine Oma feiert Affenski in Ischgl, in Ischgl, in Ischgl. Sie hat keinen Bock auf Social Distan, sie sucht den Strain. Meine Oma ist kein Schlafschaum, sie wird fun. Meine Oma hat bei Telegram ne Gruppe, ne Gruppe, ne Gruppe. Und ihr Husten und das Fieber sind ihr Schnupfen. Meine Oma hat die Wahrheit jetzt erkannt. Meine Oma stimmt ins Schwarz-Weiß-Boot, den Reiß-Zack, den Reiß-Zack, den Reiß-Zack. Dann wird da oben endlich einer mal Bescheid-Zack. Meine Oma hustet jetzt im Widerstand. Meine Oma liegt seit vorgestern im Koma, im Koma, im Koma. Mit nem Plastikschlauch in ihrem Trachios-Doma. Pandemie vorbei und meine Oma auch. Hey!